hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen let's play kane and lynch dog days wir sind jetzt hier angekommen im korps story modus online man sieht hier wieder gerade ich bin dabei und der dominik als xt german api und da haben wir schon mal die erste mission die auf uns wartet lynch wartet auf seinen alten freund kane der gerade in shanghai eingetroffen ist um ihn und seinem boss glazer bei einem waffengeschäft zu helfen die beiden sehen sich zum ersten mal seit dem vorfall in Venezuela wieder was für ein vorfall das wissen wir leider nicht das ist wir leider nicht auf den ersten tor nicht gespielt haben das ist sehr ärgerlich ja wie ihr seht spiel ich auf jeden fall mit controller er auch ja ich würde mal sagen wir starten jetzt einfach wir sind bereit viel spaß 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 du Loop wer war das ich bin jetzt bei 90 prozent geladen warten wartet auf spieler auf leuens ich bring dich GOOOOO! Hallo? Hey Schatz! Wieder zu Hause? Okay. Nein, ich warte noch auf Kane. Ja. Ja, ich freue mich, ihn wiederzusehen. Lange her. Hey, ähm... Ich rufe dich später an. Dann gehen wir essen. Ja, du auch, Babe. Bye. Oh, zu! Scheiße. Ja. Tja. Irgendwie scheiße, wa? Deswegen auch immer. Hast du irgendwie den Vorspann gesehen? Äh, den Vorspann gesehen? Irgendwas da? Auf den Bildern? Ja. Ja, ich habe alles gesehen. Irgendwelche Videos? Weil bei mir war alles komplett, äh... Black? Ne, nicht Black. Das war einfach nur, äh... Ich habe alles gesehen. Nein. Ja, okay. Ich muss dazu sagen, ich habe es mal ganz kurz angezuckt alleine. Deshalb weiß ich, was da passiert ist. Jetzt sehe ich wieder alles. Das ist wunderbar. Hilfe! Shanghai! Wir sind angekommen. Bin ich der? Wer bin ich? Hm. Sehen wir gleich. Lynch? Kane. Willkommen in Shanghai. Okay. Verdammt langer Flug, ha? Schön dich zu sehen. Lange her. Wie geht's? Oh, komm, den nehme ich. Mir geht's gut. Alles okay. Ich dachte, wir werden abgeholt von diesem Minister. Wir treffen uns morgen mit ihm. Na gut. Wird gern noch was mit ihm besprechen. Ja, ja. Hier lang. Ich sehe da ein paar Probleme, über die wir reden sollten. Na klar. Wie geht's deiner Tochter? Ganz gut. Ich sagte, es geht dir gut, okay? Hör auf, Fragen zu stellen. Okay, okay, okay. Tut mir leid. Die Sache steigt Donnerstag früh. Glazer holt uns morgen zum Briefing an. Alles gut. Wo will ich ruhen? Ich bring dich in dein Hotel, aber erst muss ich was erledigen. Ich muss, ich muss jemandem eine Nachricht zukommen lassen. Hä? Ja, der Typ hat zu viel geredet. Okay, aber wenn wir Gangster gespielt haben, will ich in mein Hotel. Okay. Ja, klar. Okay, wir sind da. Also, der Kerl ist ein kleiner Fisch. Ich will nur ein paar Takte mit ihm reden, dann verschwinden wir, okay? Okay. Pass aber auf. Das hier ist Gang-Gebiet. Deine Scheißhaus. Also, wir machen hier noch nix. Ja. Erstmal Audio. Da oben. Ähm. Und dann, warte mal. Ähm. 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 Bist du hässlich? Ich suche eventuell nach Untertiteln, aber ich sehe gar nix. Also, ich hab meine Untertitel an. Unter was hast du das denn gefunden? Ähm. Ach, da Untertitel. Ich hab's. Ja. Ähm. Post. Also, die Kamera ist sehr... ...gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Bildschirm, der wackelt so ein bisschen hin und her. Also, wenn man die dritte Person, die einfach da mit dabei steht... ...und dann fahren wir dann nach oben. Okay. Bereit? Wir treten die Tür ein und überraschen ihn. Oh. Ah. What the fuck? Meine ist zurück! Was zum Teufel soll das? Ich will verdammt sein! Hey! Oh, oh. Jetzt geht's los. Weg mit der Waffe! Hörst du mich? Das ist ein Mistkerl! Hier, nimm das! Sehr witzig! Nur für den Fall! Wir müssen ihn kriegen! Los, komm! Aber ich will ihn leben! Entdeckung! Hey! Schatz! Ich will doch nur reden! Haut ab! Okay. Check, check. Entdeckung! Mach! Wo geht man denn in Deckung? Ich weiß, wie man sucht... Auf, äh... Auf X! Auf X! Ich hab die Tür immer aufgetreten. Oh, ich komm hier gar nicht um die Ecke, ey! Ich hab mir vor dem Sack! So. Hallo! Ich glaub, wir können hier noch irgendwo rennen. Ja, genau. Auf L1 kann man rennen. Nein, hier nicht. Oder? Nee, warte mal. Hoch. Oder? Nee, doch hoch. Komm sofort zurück! Brady, fahrt ab nochmal! Scheiße! Ich glaub's einfach! Hier lang! Entschuldigung! Gibt's hier einen Hintereingang? Bitte, ey! W-w-w-w-wozu-tien-paal-chai-hwan-ching-la! What? Mist! Nieser Mist-Gal! Oh-oh! Der Wixx hat Verstärkung! Ah, äh... Mal ein X! Jetzt bin ich sauer, Brady! Erschieß diese Wixx, okay! Komm mal her! Erfassen! Oh, das heißt, ich hab getroffen, ne? Lass dir was besseres einfallen, Arschloch! Den einen hab ich! Oh! Den anderen hab ich! Waffenachladen ist RB! Weiß ich! Also R1! So in dem Fall schon... Komm zurück! R1! 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 Ich krieg den! Wer ist denn das Mädchen bei ihm? Keine Ahnung! Mir egal! Hallo! Äh... Ja, achso! Und die Kamera, die ist ja echt brutal! Wie spring ich denn eigentlich? Du bist über X wieder über die Dinger gegangen! Oder? Hä? Jetzt müssen wir da ja runter springen! Hallo! Aua! Was zum Teufel ist ihr Problem? Wo ist er hin? Die Treppe runter! Dann los! Aua! Ich hab' mal duschen die da! Ihr Wichser! Vorwärts! Einer liegt! Was ist ein Start? In... Gain... And Lynch! Wir wissen gar nicht, was hier los geht, ey! Heilige Scheiße! Alter! Was hier abgeht! Oh! Versuchst du dir von rechts zu schnappen! Okay, mach rein! Hä? Wie von rechts? Brrrr! Ich hab' jetzt ne MP, ey! Und ne normale Waffe! Oh! Wo kommst du denn auf einmal her? Gläser wird ausrasten, wenn er von der Sache hört! Dann soll er doch, man! Scheiße! Ich heiße doch nicht irgendwo sein, ey! Hallo! Was ist an dem Kerl so wichtig? Nichts! Die springen ja hier rum, ey! Oh! Jawoll! Was machst du denn da? Was? Wer schießt denn auf die Regale einfach? Scheiße! Oh! Wer ist wo? Muss mal gucken, hier ist, glaub ich, irgendjemand hat sich verloren... Jo, hier! Ich hab doch selber eine schon! Jetzt! Ja, ich nicht! Glaub ich... Da war Muni! Verstärkung! Oh, Scheiße! Oh, vor allen Dingen... Wo, 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 da, da! Oh, Scheiße! Wir hoffen sich ja da zurecht, ey! Du hast mich immer abgeschossen! Das kann ich gar nicht abschießen! Alter, sitzt du jetzt dahinter? Tatsächlich, ey! Ich hab mich gar nicht gesehen, der Typ! Ich schon, die ganze Zeit! Verdammte Sauerei! Wo ist er hin? Wer macht denn die Sauerei eigentlich weg? Er ist weiter runter! Was soll der Scheiß Lynch? Hast du nicht gesagt, das wird ein Spaziergang? Ach komm! Hast du das nicht wirklich gesagt? Boah! Oh, hier ist Muni! Er hetzt uns die ganze Stadt auf den Hals! Wie gesagt! Ganggebiet! Lauf! Geh das irgendwie nach Zeit, oder so? Näh! Na runter! Nach links! Vorsicht! Oh! Oh, jetzt sehe ich über eine Frau geschossen, ey! Aua! 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 Würdet nämlich mal bitte hier nicht nerven! Ich müsste da so einen dreckigen Dreck sein! Das ist ja kein schönes Willkommen! Ne! Herzlich willkommen in Shanghai! Aua! Aua! Das ist ja schon die ganze Alptiknallen! Hast du denn jetzt Blatt gemacht, ey? Aua! Oh, leider hab ich getroffen! Baa! Hehehe! So, hol jetzt! In der Wehens! Aua! 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 Gibt's auch nicht! Hin hier! Jetzt hab ich ihn, ey! Endlich! Ich geh mal hier durch! Hier ist ganz schön kalt! Hier ist ganz schön kalt! Ach, du bist in ne... Flupi-Anlage, bist du in ne... Ach! Scheiße! Aua! 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 Er ist in das mittlere Gebäude gelaufen! Boah, krass! Warum weißt du das? Ne, jetzt ne Pumpkunde hab ich jetzt! Äh, meinst mittlere Gebäude? Ach, da müssen wir da durch! Gut! Wir sehen ihn doch schon! Hier ist einer! Einer? Fuck! So viel weiter ist er hier! Oh! Ich glaub mit der Pumpkunde ist das keine gute Idee! Ja dann schon wieder alleine vor! Mach die ganze Sache ja alleine! Wie kann ich die Waffe wechseln? Link! Achso! Mit äh... 3 kannst du die Waffe wechseln! Ja komm, zeig dich! Oh! Das wollt ihr einfach mal gemacht haben! Dankeschön! Äh... Benzin-Kanister werfen ungefähr nach... Ja! Oh! Oh der liegt gut! Was? Ja! Geil ey! Ding in die Luft geflogen! Wollen wir den Zinkanister? Outro ... Aua! Vorsicht! Okay! Ich shadf dass! Ich sch 있 dass! Ja! Ja! Kopf mir auf! Hilf mir! Nein! Okay.... Dankeschön eh! Scheiße. Es sind noch welche. Ich weiß. Alles voll noch. Mit R3 kannst du die Hand wechseln, womit er schießt. Was? Gut, wir haben ihn in der Falle. Das war's für ihn. Hallo. Wir sind's. Wir singen. Verrückt, der Bastard. Alter. Darf ich? Darf ich? Ach, du Scheiße, ey. Bist du fertig? Na dann komm, reden wir. Hey, ganz ruhig. Alter. Was sollte das denn? Hat er sich... Was zum Teufel ist hier los? Du hast sein Mädchen erschossen. Einen Scheiß hab ich. Ja. Ja. Holen wir dein Gepäck. Scheiße. Ich muss mir eine Story für Glaser überlegen.